Jetzt noch Autos oder so. Ja wunderschön. Weil wir einfach immer noch so diese, wie hessen das Schwimmen heute? Ja, zwischen den Händen haben. Wir haben da rum mit unseren... Hauptsache wir haben ein Rathaus, ja. Ist das ein Atomkrieg oder was? Ne, das ist doch Wissenschaft, das Zeichen. Achso. Das ist aber ein Panzer, oder? Ja. Oder ein Auto. Die sind doch kriegmäßig. Aggressiv sind die. Könnte ja wohl ein Auto sein. Kuchen! Kuchen! Ah, bin ich gut. Nein, nein, nein. Hallo, Kuchen. Ah, Traus. Hat er einen Kuchen? Nein, wir sind schon. Mit Panzern. Wenn wir einfach immer noch in dieser Landschaft hier sind, ja. Aber hoffentlich haben wir ein Rathaus. Du trittst jetzt in die Zivilisationsphase ein. Oh Gott. Oh ne. Landfahrzeug. Das ist aber nicht nur noch 5000. Na, wo haben wir eben zu viel vorgebraten? Ne, ich dachte immer, das ist für jedes Mal, oder? Weiß ich nicht. Oh Gott, ey. Na, du, los. Mach mal was schnelleres. Das sagst du mal so einfach. Hier gibt es ja nur mehrere Seiten. Ah, hier, ganz links. Ah, guck mal, wie du dich vorbewegen kannst und Angriff und so einen Scheiß. Oh Gott. Dafür bin ich echt nie zu müde. Na komm, das schaffen wir jetzt noch. Das schaffen wir jetzt noch und danach machen wir eine Pause, oder was? Dann nehmen wir einfach so ein Standardding, oder? Sieht aus wie eine Seife, aber sonst. Sieht aus wie ein normales Auto. Sieht aus wie eine Seife, wenn du die Seiten hier weg machst. Ne, komm, wir spielen jetzt nicht rum hier. Ja, Cockpit. Landfahrzeug ist das. Was haben wir jetzt schon? Ja, aber bei 30 Prozent. Ja, wir müssen aber das andere noch... Militärische Stärke oder Tempo? Du hast nicht vergessen, wir sind ja hier jetzt aggressiver Stand. Das ist korrekt, aber... Gesundheit? Fahrzeugsgesundheit. desto länger kann dein Autokampf überleben. Das meiste hat aber Gesundheit oder Tempo. Ne, Tempo haben wir ja noch gar nicht bis jetzt. Oh, vielleicht ein bisschen weiter... Der Stand darf verkaufen. Man kann das nicht übereinandersetzen, so wie das ausschaut. Doch, jetzt hast du es gerade hingepackt. Ne. Innen drin. Bist du sicher? Ja. Naja. Wie kriege ich denn das jetzt irgendwie angepasst? Oh Gott. Das sieht kacke aus. Das sieht richtig kacke aus einfach. Das ist ein Ufo. Wir machen das jetzt so. Ganz einfach einfach. Ganz einfach einfach. So. Und ich würde da noch vorne vielleicht noch so ein kleines Kopf mitmachen, oder? Ja. Es sagt sich so leicht im Führerhaus. Mhm. Eine Gondel. Blasenzahl. Alles klar. Du ziehst wieder an meinem Ohr. Sorry. Unergründliches Auge. Das ist doch mal ganz cool. Sieht aus wie eine Katze irgendwie, oder? Die gerade pennt. Mit einem Stöpsel und drauf. Ja. Ja. 60% Gesundheit haben wir jetzt schon. Was ist das hier? Land. Windrad. Okay. Ein Windraketenantrieb. Raketenantrieb brauchen wir. Alter. Boah, das ist geil. Junge, Junge. 30% Junge. Kohlenstoff. Hülpser. Sumpf. Boah, ich kann nicht mehr lesen, ey. Ja. Ja, ähm. Genau so. Oh, das macht's übelst lahm. Echt? Obwohl, das sieht übelst süß aus. Guck mal, das sieht aus wie Ohren. Äh, Quatsch. Ohren, sag ich schon. Augen. Dann ein kleines Horn. Nase. Stützräder. Das hier macht auf jeden Fall doppeltes Tempo. Wollte mich mal eher schon interessieren, was manche Leute dann hier für geilen Shit gebaut haben, ne? Aber... Ja, wir machen jetzt ein Auto mit Fahrrädern. Das ist ne gute Sache. Was haben wir hinten, was ist das hier? Kampfvombardierer. Traditionskanone. Kaboom-Rakete. Kriegsverbrecher. Militärisch Stärke 4. Wollen wir da nachgucken? Wer macht das ja? War's Paddelschuss oder Kriegsverbrecher? Oder Brachiator? Keine Ahnung was passt. Aber wo soll das hin? Vielleicht dann die Düsenantriebe bisschen weiter hinter? Nähe 2. Und das andere ein bisschen weiter vorrücken? Oder so. Kuckuck. 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 Jetzt dreht's durch. So, jetzt machen wir das so. Alter. Muss das in die Luft gehen? Keine Ahnung. Ne. Erstens kannst du auch vorne hinpacken. Das ist mir irgendwie... Die sind so groß. Vor allem alles modern und dann hast du Fahrradräder. Das ist der geilste Shit überhaupt einfach. So geht's doch. Sieht eigentlich auch nicht so schlecht aus. Und was noch? 6300 haben wir noch. 3600 Minze. Ah, hauen. Natürlich meinte ich das. Nachtlicht. Das war... Das war... 15,5,5. Union. Das Spiel macht die Verteilung. Also, wir haben hier die übelsten Raketen und alles dran. Aber wir machen Nachtlicht. Nein, nein, nein. Alter. Leuchtblasen. Glänzend. Die haben's. Oh mein Gott. Irgendwas mit Blasen, ne? Mhm. Bisschen nur. Das ist wahrscheinlich einer in dem Team gewesen, der gesagt hat, ne. Bei jedem muss eins dabei sein. Klasma-Spritzen. Guck mal, wie das aussieht. Wir sind ja nur im Lachflascht und es ist so daheim einfach. Leucht. Wir lachen ja auch über jeden Begriff, der euch in die Richtung geht. Komm, die haben das extra dafür gemacht, dass auch die Erwachsenen Spaß haben dabei. Ja, und das zu 2006, ja? Stasi. Ja, auf jeden. Ich dachte eigentlich, man kann das so rumdrehen, aber... So. Okay. Können wir noch was? Was ist denn das hier noch? Aber Gesundheit und Krieg ist noch nicht so wirklich hoch, oder? Ey, ich will nicht von dem Krieg dranbleiben. Das ist Stufe 4. Das geht schon euch mehr. Und für was soll das hier sein? Ich hab keine Ahnung. Das bringt man ja auch nicht. Das bringt man ja auch nicht. Das bringt man ja auch nicht. Rumzeitgrill. Ich kann mir nicht mehr klar auf das Spiel gerade euch mehr. Das macht mich so... Plopp-di-bobber. Das muss drauf. Das hat sich so geil. Plopp-di-bobber, Junge. Plopp-di-bobber. Plopp-plopp-di-bobber. Plopp-plopp-di-bobber. Plopp-di-bobber. Flourpower. Oh Gott. Das war eigentlich... Ich wüsste, du hast hier die übelsten Maschinen drin und dann... Flourpower. Oh Gott, ey. Was ist das? Spoilerheulung? Angst habt jetzt? Echt? Ja. Backenzahn. Fahrradzattel? Fahrradzattel, willst du mich verarschen? Das ist ein echt leicht überdreht. Aber Fahrradzattel muss nur mit... Alter, der ist ganz schön groß. Ich will dafür aber nichts anderes wegmachen, wenn ich hoffe, dass das geht. Erst mal kleiner. Genau. Weil man soll sich hier ja draufsetzen können. Ja, aber die haben da dafür die Fahrradkabine... Ich weiß ich nicht, was willst du überhaupt machen? Ich will das nach vorne umdrehen. Was haben die? Die haben da dafür die Fahrradkabine. Nee, naja, der... Inner soll ja hinten noch draufsitzen können, wisst du? Aber Spaß einfach. Das ist einfach zwischen Raketenantrieb. Also kann man ja mal machen eigentlich. Wo ist denn die Kugel jetzt? Die Kugel ist schon wieder weg. Das kann doch nicht wahr sein, einfach. Boah, ihr wollt gar keine Kugel, oder? Siehst du eine Kugel? Nein. Wo ist die Kugel? Ich weiß es nicht. Lach nicht so. Okay, dann fällt der halt halb runter, aber... Ein Fahrradzattel muss... Ganz scheiße, halt in Düsen, keinem Problem. Ja. Eine Träne. Entenschnabel. Alter, das... Sonst kommt noch eine zweite Seite nach. Mhm. Bei dem eben gab es eben Fjord, glaube ich. Muscheln, Pikas, Radierungen... Und... Ne, hier. Oh. Hast du das geträumt? Mhm, kann auch sein. Egal. Äh, kolorieren, oder was hast du das hier vorne? Ich kann's... Vor allem, das sieht das... Dieses runde, da ganz vorne, sieht aus wie... Äh, hier von, 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 von Woli. Iwa. Iwa. Oh, lassen wir uns das gleiche euch ein vorgefertigtes nehmen, bitte. Ich komm nämlich klar drauf, dass wir einfach Fahrradräder an dem Ding dran haben. Wir haben einfach vier Fahrradräder dran und das Ding halt auch schon wie eine Satellitenschüssel irgendwas merkwürdiges. Dann ein Cockpit, wo wahrscheinlich mehrere Leute drin sind. Ein Raketenantrieb. Ja? Nachtleuchten, ne? Also das... Und die Nasenleuchte, ja? Ja. Und die Nasenleuchte. Das sieht schon mal ja auch nicht so schlecht aus. Es muss ne abgefahrene Farbe haben, sonst... Hör mal, als ob wir jemals sowas zuständig gekriegt haben. Ja. Das sieht du jetzt gangstermäßig aus. Obwohl das das, was du davor hast, ist das rechte, oder? Das hier? Das fand ich gar nicht mal so schlecht. Na, wir gucken mal noch. Was haben wir noch zu sein? Oh Gott. Meinst du unten? Rechts? Links. Das sieht doch einfach mal... Das sieht eigentlich voll geil aus. Oh nein. Ne, ich wollte nur mal gucken. Okay, da kannst du noch die Dinger anpassen, die hier... Ne, komm. Das ist perfekt so. Ja. Sieht aus wie so Käfer... Wie nennen wir es? Marienkäfer. Alles klar. Und nicht Mutschekiebchen. Und wie schreibe ich das? Versuche immer... Mutschekiebchen. Ja, würd ich ja sagen, oder? Mutschekiebchen. Es ist supergeil und hat zwei Nachtleuchten am Start. Okay. Okay. Ku Ham oder Sie sind ganz gut, ein sprend. Kuarm, Quamm-Umm. Und wie einfach Breakdобыm. W資 Hair. Quellen wir dieseena? Anführungen haben wir sicherlich in meinem中iv Personen.